Hey Leute, heute gibt es die erste Folge Hermann News, in diesem Projekt werde ich euch News, Infos und mehr zum YouTube-Kanal Lex liefern und zwar aus meinem Studio, welches immer noch nicht fertig ist. Sorry, wir enden schon nicht wie der Berliner Flughafen. Es gibt nämlich noch ein neues Projekt auf diesem Kanal und zwar wird Lex über YouTube-Kanäle reden, aber nicht irgendwelche, sondern welche, die ihr aussuchen dürft. Voraussetzung, bekannt, nicht ihr selbst, redenswert. Das war's auch schon wieder, packt gerne Vorschläge in die Kommentare. Tschüssi.